Funkeln eure Augen genauso wie meine Triple Threat Match bei Breakdown im Open Da mal wieder Luca Rano gegen Farouk und X-Pac Wie geil Aber wir gucken uns natürlich erstmal wieder die anderen Matches an Hallo und willkommen zurück zu Breakdown Zweites Match Bradshaw gegen Big Bossman Gewinnt Bradshaw Animal gegen Billy Gunn und Kevin Nash Was hat denn Billy Gunn und Kevin Nash miteinander zu tun? Ja, Animal gewinnt trotzdem Falls Count Anywhere Mankind gegen Paul White Ach du Scheiße Mankind gewinnt Und das Main Event hat Potential Der Champion The Rock gegen Triple H Und Triple H gewinnt Könnt ihr euch vorstellen was das heißt? Ich kann es mir vorstellen Vielleicht ein Match bei Money in the Bank Triple H gegen The Rock Ich weiß es nicht Vielleicht kriegt ja auch Brock Lesnar sein Rückmatch Man weiß es nicht Aber wir kommen jetzt zu unserem Match Das steht fest Das steht klar Und zwar gegen X-Pac und Farouk Und wenn das nichts ist Da weiß ich nicht Ich muss mich natürlich jetzt wieder ein bisschen mehr konzentrieren Und ich hoffe einfach Dass wir jetzt wieder gewinnen können Letzte Woche ja Der Sieg gegen den Big Bossman Davor die Woche gegen Shawn Michaels Also so langsam Finde ich Haben wir ja schon Anrecht Mal hier irgendwie so ein Match Gegen den Champion zu haben Vielleicht ja nicht ein Titelmatch Aber man könnte uns ja bei Breakdown zum Beispiel Schon mal gegen Chris Jericho antreten lassen Und wenn wir das dann gewinnen sollten Dann kann man über ein Titelmatch natürlich gerne reden Aber uns zumindest mal hier herausfordern Und gehen mal Big Bossman Den haben wir ziemlich schnell abgefertigt Gegen Shawn Michaels ging es eigentlich auch relativ gut Naja wieder unser geiles Lied einfach Ich finde es so geil So dann hoffe ich jetzt Dass wir richtig schön X-Pac und Farouk den Arsch versuchen können Farouk und X-Pac den Arsch versuchen Das kann eigentlich gar nicht gehen Ja ein Mitglied der APA Da habe ich die Einzüge noch nicht umgestellt Eigentlich sollte der mit APA Einzug in den Ring kommen Farouk Und gegen X-Pac Der ist ja nicht Teil eines Tagteams Soviel ich weiß Oder? Ne der ist nicht Teil Da war auch gut der DX Aber der ist kein Tagteam hier in dem Weltmodus Ja X-Pac Also das wird ein schweres Match Glaube ich Triple Threat Match Erst habe ich mich im letzten Part beschwert Dass wir nie ein Triple Fight Match haben Das war ja unser erstes quasi bei Raw Mit Jericho Del Rio und Edge Und jetzt haben wir direkt das nächste Und jetzt sind wir sogar direkt Teil davon Komm X-Pac mach doch mit Komm hier Irgendeiner taggt die Move Ja gut dann greife ich halt beide nur normal an Und gehe dann erstmal weg Ah jetzt müssen wir hier wieder Test of Strange Habe ich doch wieder keine Chance gegen den X-Pac Ja und der zeigt natürlich direkt einen Atomic Drop Und haut uns direkt mal aus den Socken Ey Farouk du darfst gerne mal angreifen Jetzt bin ich auch noch zu spät Ja wieder zu spät Da war ich aber meines Achtens im Zeitfenster Hauptsache nur gegen mich ne Komm nehme ich mir einfach mal Farouk Und zeige diesen schönen Crash auf mein Knie Und da nochmal den Neckbreaker direkt hinterher Natürlich ist hier die Sache Wir werden gegen einen der beiden den da Shoutout zeigen müssen Und dann gegen den anderen den TKO Hier werde ich nicht auch mit Submission gewinnen Das werde ich nicht schaffen So lange den anderen Gegner still zu halten So und wir müssen jetzt erstmal kontern hier Komm Farouk Machste mit Na dann halt nicht Greife ich halt X-Pac alleine an Ja gut dann lassen wir jetzt erstmal Farouk Und X-Pac machen So dann können wir vielleicht jetzt mal mitmachen Ja hier komm haben wir mal eine Doppelteam Aktion mit X-Pac Was machen wir denn jetzt Ach so Close Line und Snack Attack Schön unten in die Knie Unten Close Line Und da ist auch Strange Und da brechen wir mal Und greifen dann Farouk mal an Wir müssen uns immer Darauf achten Dass wir nicht zwischen die beiden geraten Oder sowas machen So ungestüm auf die Zubrettern Gekontert Geile Aktion Neckbreaker Wunderschön Wir müssen aufpassen Dass wir hier nicht zwischen die beiden geraten Deswegen immer schön Auf Abstand bleiben Ja Oder einfach mal hier diesen Face-Crusher kassieren Genau Aber X-Pac hilft uns ja Komm dann arbeiten wir mal mit Farouk zusammen Ja gut geht nicht Komm dann gehe ich jetzt aufs oberste Seil Eigentlich finde ich ja So jetzt steht er auf Und dann gibt es den Dropkick in den Rücken Und dann springen wir noch Farouk um Und dann sieht es doch eigentlich gar nicht so schlecht aus für uns bisher Überwurf Genau das So in die Ring Ah ja toll Jetzt werden wir in die Ringecke geschubst Er dreht uns hier ein paar Mal Gekontert Schön Komm Doppelteam Aktion jetzt mit Farouk Ja STO Und Neckbreaker quasi Ja komm Ich will mit dir zusammenarbeiten Farouk Wir können den gerne zusammen ein bisschen fertig machen Wieder dieselbe Aktion STO zusammen Aber ich würde auch gerne meine Aktion alleine zeigen Powerbomb Ansatz Und Powerbomb Und da setzen wir einfach mal direkt zum Cover an One I know it's one Und Farouk deckt da draußen den Kommentatoren-Tisch ab So jetzt Komm Suplex Jetzt zeigen wir mal ein paar Aktionen gegen X-Pack Aber wir können eigentlich mal in Pin gehen Vielleicht reagiert er ja nicht Wir wissen ja was dieser Universe-Modus für Fehler hat So Da Shoutout Gegen Farouk Einfach mal gewagt Und jetzt Komm TK Ah Aufgabegriff Das kannst du Das musst du früh sagen Ah ich wollte eigentlich den TKO zeigen Da muss ich jetzt auch loslassen Ah Mist Habe ich blöd getimt Ich wollte eigentlich den TKO zeigen Komm Monkey Flip Genau in die Arme von Farouk Das wäre geil Wenn der dann so eine Powerbomb zeigt Oh der kommt mit dem Neckbreaker Ich habe eigentlich gekontert Weil ich sowas eigentlich schon geahnt hatte So dann jetzt komm hier Den Schlag Wieder diesen Neckbreaker hinterher Und wenn wir das nächste Mal den da Shoutout haben Machen wir es Genau so Also X-Pack wird den TKO dann kriegen Ich habe gerade Black Screen Hey mach mit Double Team Jawohl Ich habe gerade Black Screens Was soll das denn Ich hoffe das war nicht im Video Komm Mach eine Aktion Back Suplex Genau so Und jetzt müssen wir gucken Dass Farouk uns nicht krallt Das wäre ziemlich ungünstig Und dieser Neckbreaker Den wollte ich haben Jetzt schnell aufs oberste Seil Uiuiui Einfach den Elbow zeigen Über X-Pack einfach drüber springen Komm Kava Versuch One Aber wir sehen Es geht noch bis One erst Ja X-Pack Nimm dir einfach meinen Superstar weg Den ich hier gerade bearbeite Komm Zusammenarbeiten Vielleicht ergründen wir ja mit X-Pack Ein Team Das wäre natürlich nice Sonst muss man uns hier einfach Alleine durchkämpfen Ja so generell So ein Tag Team Gründen mal mit irgendeinem Das wäre nice Aber ich will auch kein Team erstellen Wenn will ich das so wirklich mit einem Durch Matches Die entstehen Wirklich gründen Oh Dann bin ich im letzten Moment weggekommen Sonst wäre das genau auf uns gelandet Neckbreaker Hinterher Ah X-Pack kann natürlich kontern So komm Insuligiri Versuch Aber geht daneben Ah ich hab doch gedrückt Ja genau Dropkick in der Ringecke Hilf uns ruhig Farouk hilft uns Schön Bulldog Ich bleib mal eben hier draußen stehen Nicht zu lange Doch wir können auch mal eben hier stehen bleiben Ja jetzt hat er nämlich den Signature Da machen wir das doch so Und wir haben jetzt auch Jetzt warte ich nämlich Jetzt lass ich den Finisher gegen X-Pack machen Ich weiß nämlich nicht wie der Finisher von Farouk aussieht Deswegen lass ich die erstmal machen Also die wollen zum Kommentatorentisch Gut dann warte ich jetzt hier Ich will nicht mitgehen Die wollen auf jeden Fall zum Kommentatorentisch Das ist mir ziemlich klar Doch nicht Boah jetzt muss ich mich weg machen Belly To Belly Suplex Das war nicht der Finisher Ich warte auf den Finisher Deswegen gehe ich jetzt raus Ich habe den TKO Ich kann ihn im richtigen Moment abfangen Wenn ich es richtig anstelle Aber ich warte noch Der Finisher geht ja nicht weg Der Finisher von Farouk Wann kann er Jetzt muss ich aufpassen Nicht dass der hier im Cover zeigt Ah das wollte er Siehste siehste Jetzt hätte ich es nicht wieder gewusst Gehe ich mal so lange wieder raus Jetzt kann X-Pack nämlich mal kontern Ich warte ab momentan Äh X-Pack Ne 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 Oh ja Zeig ein Crossbody Okay warum nicht Ich warte jetzt hier einfach Das ist zwar jetzt gerade Irgendwie ein bisschen so Alberto Del Rio style Aber So können wir uns auf jeden Fall Den Sieg abstauben Wenn wir mit dem Finisher warten Während die beiden sich da bearbeiten Signature Jetzt auch bei X-Pack Oh wow wow Jetzt wird es wirklich gefährlich Wer kann zuerst von den beiden Den Finisher zeigen Oh ho ho Oh ich habe sowas schon geahnt Hier wieder Uiuiui Schnell raus Und wieder weg Ich lasse die beiden mal Ein bisschen miteinander machen Wundert mich eigentlich Dass die noch nicht die Finisher zeigen Der TKO Oder Ich überlege gerade Ob der Aufgabegriff Dann vielleicht doch Der bessere ist So Tesla Strange Jetzt greife ich die einfach mal So an Damit die hier Boah Ich bin viel zu oft dazwischen Das ist ja auch gefährlich Weg hier Weg hier Weg hier Ich will ja Aktion zeigen Nur ich will nicht In den Finisher geraten Von einem der beiden Seht ihr Das passiert nämlich dann Komm wenn er den jetzt da runterhaut Dann weiß ich Nee er haut ihn nicht runter Dann gehe ich mich wieder weg Ich habe gedacht Wenn er ihn jetzt nach draußen haut Zeige ich einfach den Aufgabegriff Der könnte es ja dann sein Junge 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 Ich bin doch noch da Man zeigt Farouk Boah der hat schon die dann Finisher Was ist mit dem los Komm Uiuiuiui Nicht gegen mich Nicht gegen mich Nicht gegen mich Komm dann greifen wir den mal an Das wäre doch vielleicht eine Idee Und jetzt könnte Farouk doch Boah er könnte doch kommen Zeigen wir diesen Back-Supplex Hier draußen mal Und schubsen vielleicht X-Pack mal gegen die Ringtreppe Und schnappen uns jetzt Farouk Mit zwei Finishern Könnte ich natürlich auch Beide fertig machen Jetzt erstmal hier vielleicht Den Enso Iguiri hinterher noch Jetzt geht es an die Ringtreppen Hau mir nicht so ein Ding In den Kopf Junge Das wirst du bereuen Der Enso Iguiri ist einfach stark Deswegen mach ich den immer wieder Oh Jetzt reiben wir ihn übers Ringseil Und Cross Oh Springboard Dropkick Sobald ich zwei Finisher habe Hagelt es zweimal Den TKO Jetzt erstmal den Da Shoutout Oh jetzt stehe ich hier rum Jetzt stehe ich hier rum Moment Jetzt muss ich aufpassen So TKO Ansatz Gegen X-Pack Und da ist der TKO Und jetzt erst nochmal ein Replay Dann muss ich sofort reagieren Und Farouk angreifen Aber er kontert Und da ist auch X-Pack dann wieder da Da mach ich das jetzt doch anders Wow wir dürfen auch nicht Von Farouk den Finisher kassieren Der hat nämlich zwei Jungs ich geh raus Wenn ihr euch Jetzt beide gegen mich gestellt Komm hoch Komm hoch Ja was Ich hab doch zu Ja genau Ich drück zuerst Und er verpasst mir den DVT Durch den Kommentatoren Tisch Das ist doch unglaublich Oh man Lasst mich einfach in Ruhe Ich geh zurück in den Ring Ja so ist gut So ist gut Komm X-Pack Ihr könnt euch auch ruhig Mit den Finisher gegenseitig verpassen Da muss nicht immer ich Für herhalten So Close line Raus aus dem Ring So das ging nicht Komm TKO Ich mach's jetzt einfach Jetzt haben wir den letzten Finisher auch benutzt TKO Nacht Ich Idiot Ich wollte doch X-Pack angreifen One Two Was Ja sonst geht's dir aber gut Rauskommen Raus mit dir X-Pack Den schmeiß ich jetzt raus Den hau ich um Und Komm Ausstehen Ausstehen Monsieur Enso Igeri Oh ich wollte den Dropkick zeigen Leute Ihr könnt euch auch ruhig mal Gegenseitig attackieren Nicht immer ich Ja jetzt bin ich weg Ringseil Vorarm Stepper in Sulgiri So jetzt aber Da schau Da schau Wieso funktioniert mein Fin Jetzt will X-Pack natürlich gegen mich das Ding zeigen Genau Oh Oh Jetzt zeigt er den Dominator Jetzt haben sie es auf mich abgesehen Dominator Hoffentlich komm ich aus dem Ring raus Leute Lasst mich doch in Ruhe Ey Farouk Du Penner Farouk pennt ein Und wir werden Das ist jetzt immer Dieser Bug Dieser Bug immer X-Pack gewinnt Oh ey Weil er da sich mit seiner Geste Auffällt Natürlich ist das ein Programmierfehler mal wieder Das können die doch bitte Ein Ja da Dominator Kann man das sehen Ja Und da ist er da Will er uns aufstehen haben Und X-Pack pinnt uns Dieses Triple Threat Match wäre wirklich wichtig gewesen Aber wir konnten es nicht für uns entscheiden X-Pack gewinnt Damit ist er vielleicht Als nächstes dran Gegen Chris Jericho anzutreten Vielleicht war das Match ja dafür Oh Ich könnte mich darüber jetzt aufregen Richtig aufregen könnte ich mich jetzt Weil dieser blöde Farouk uns den Sieg gekostet hat Wir hätten nämlich danach noch durchaus den da Shoutout zeigen können Oder sonst was Aber nein Er passt nicht auf Gut Mit diesen Bildern endet Breakdown Wir haben mal wieder verloren Na gut Muss auch sein Ich verabschiede mich Bis zum nächsten Mal Tschö